Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem Wesley. Hallo. Hast du eigentlich noch genug Benzin? Das wollte ich dich gerade auffragen. Ich habe noch 150. Und äh, 77. Ich glaube, ich stelle mir noch ein bisschen was her. Ja, ich mache auch noch 200, mache ich voll. Wenn wir jetzt auf Tour gehen, ist das glaube ich besser. Genau, wir wollen nämlich zur Abspruchsstelle. Ja. Gucken, was da abgeht. Ich glaube, vorletzte Folge oder so habe ich die gefunden. War aber auf der anderen Seite vom Canyon. Und da konnte man nicht rüberjumpen. Aber jetzt geht das ja hier wie, wie weiß ich nicht was. So, einmal Öl klauen. Äh, Brennstoff. Jetzt habe ich 214, das reicht. Ich habe nur 20 Stück von den Dingern, ne? Was? Von diesen 4 MK4 Bänder. Wir müssen auf jeden Fall unsere Produktion erhöhen. Ich habe 32. Wir brauchen viel mehr Stahl. Ja gut, dann müssen wir halt erstmal die Dinger halt... Ach nee, wir können die ja gar nicht wieder abreißen, wenn wir gesprungen sind. Nee. Das geht nicht. Können die halt sonst am Rückweg immer wieder umdrehen. Aber ist irgendwie auch blöd. Also ich mache das erstmal weg hier. Ähm... Ähm... Ich versuche mal ein paar mit Hand zu herzustellen. Ähm... Damit, damit wir hohe Türme bauen können. Ja, ich habe Beton... Und 55. Okay, ich hole Beton. So. Das ist schon echt. So, wollen wir auf Reisen gehen? Ja, Mann. So, Beton eingepackt. Läuft. Sonne geht auf. Sehr schön. Ich habe da oben übrigens schon einen Sprungturm gebaut. Hättest du oben? Mach da. Uuuuuhh. Uuuuhh. Eigentlich ist das gut, wenn man so hoch ist. Dann sieht man die Absturzstellen ganz gut, glaube ich. Ja. Eigentlich muss ja noch ein Sprungturm hoch. Brauchst du denn Treppen hoch? Was? Falsch gebaut. Warum? Guck. Da unten hängt immer noch so eine Plattform drunter. Ja, ja. Aber so konnte ich direkt Zipfel an Zipfel bauen. So konnte ich in einem hochrennen. Wow. Es ging schneller. Und so kannst du auch besser hochrennen. So. Wo wollen wir hin? Ja, erst mal darüber wieder, oder? Darüber. Und von da aus dann nach da hinten weiter. Okay. Dann Richtung Absturzstelle. Tschuuu. Warte, ich könnte jetzt direkt zum nächsten Berg fliegen. Hier, lassen wir es lieber. So weit komme ich gar nicht. Warum nicht? Wo bist du? Ja, hier. Irgendwie muss du es noch üben. Ja, aber was mache ich denn? So, wohin? Als nächstes. Wieder einen kleinen Turm bauen? Immer ein bisschen hoch bauen. Äh. Geh weg da. Geh weg da, sagt er. Ja. So. Soll die Spritverschwendung hier. Okay, warte mal. Wir müssen eigentlich in die Richtung. Nach da so. Machen wir schon. Okay. Wo genau da? Pin mal an, wo du hin willst. Ich glaube, das ist da hinten. Siehst du was da? Das ist ganz schön weit. Lass vielleicht das mal. Oder wir müssen erst noch mal. Da hin. Ach da. Ja. Wenn wir bis dahin kommen. Oder halt hier vor. Hier. Ja. Oder hier. Wir probieren es mal aus. Einer von denen wird es sein. Gib mal Stoff. Eieiei. Doch, ich schaffe das. Oder? Doch, ich schaffe das. Ah, es hat geleckt. Bist du drauf? Ja. Nicht geschafft. Bist du. Ich bin auf dem Weg. Ich komme im Leben nicht bis dahin. Warum nicht? Weiß ich nicht, Mann. Hier muss ich runtergehen. Keine Chance. Ich bin hier. Auf dem Ding vor dir. Warte mal. Warum baue ich eigentlich keine großen? Ich taue einmal rüber. Bis ich entgegenkomme. Ach so. Ja, komm. Wo habe ich denn das Ding hingesetzt? Ah, die Abschlussstelle müsste hier fast unter uns. Guck mal, unter dir ist die Abschlussstelle. Hier, direkt unter uns. Hier vorne, siehst du sie? Hier runter guckst. Sollen wir da runter jetzt? Das gibt, oder? Weiß ich nicht. Wir hätten jetzt noch Gasmasken bauen sollen. Können wir die schon bauen? Ja, nee. Alter, nee. Ja, runter oder was? Aber dann haben wir einen weiten Weg nach oben. Ja, das stimmt. Was sagst du denn dazu? Was ist denn das Rote da hinten? Da? Weiß nicht. Ja, komm runter, ne? Na gut, komm, auf geht's. Da ist überall Gift. Ja, Mann. Und voll das grüne Monster. Okay, ich verpiss mich. Ich bin tot? Am Arsch der Welt bin ich tot? Ja, leck mich doch. Ja, leck mich doch. Weißt du, wir müssen neu starten. Na gut. Und Gasmasken holen. Leck mich doch am Arsch. Wann hat der Autosave gemacht? Ist er doch 50 vor zwei Minuten? Ja, das passt. Ist er noch ein riesiges Viech, ey? Ja, Mann. Richtig ab, fuck. Ich war aber instant tot, ey. Instant. Okay, ich bin hier gerade am Hochbauen. Sehr hoch. Also erstmal Schurk in Base. oder was? Ja. Dann gucken wir mal wegen die Gasmasken. Will ich hier rüberkommen? Das dauert hier aber. Was? Beitreten. Hä? Was? Kann ich beitreten. Warum nicht? Ah, jetzt. Weiß nicht. Wo bist du jetzt? Ich steh hier. Hier auf dem Turm, den ich gebaut hatte. Ich stehe überfliegen. Ah, nochmal schon. Dann gib mal Gas. Wohin? Ich weiß nicht, was du falsch machst, dass du so langsam bist. Keine Ahnung. Jetzt mal wieder zurück, ne? Ist das da unten eine Bienenbade? Ja, Mann. Was zur Hölle ist das? Hier unten ist nur einer. Wo ist unser Base? Da ganz hinten, da. Ich sehe die gar nicht. Ich sehe das gar nicht. Was? Hey, du siehst da den Aufzug, oder nicht? Ja. Hey, das ist ja voll weit weg noch. Ach, nee. Wir müssen ja auch da noch einen Zwischenstopp machen. Hier, da vorne. Stimmt. Schaffen wir den? Weiß ich nicht. Oder wir bauen direkt noch ein bisschen höher. Springst du überhaupt mit Leertaste ab von dem Band? Hier musst du. Ja. Nun kommst du da rüber? Wo bist du? Ich bin da beim Turm gelandet. Was? Im Leben komm ich nicht. Du, dass nicht A oder D drücken. Nichts zur Seite. Nur W. Und das die ganze Zeit halt niemals loslassen. Alter, in meinen kühlsten Träumen komm ich da nicht hin. Ich habe keine Ahnung, warum, Mann. Oder du musst abspringen. Nicht fallen lassen. Ja, ich springe ja ab. Dann weiß ich nicht. Aber frag mich nicht warum, ey. Was ist das hier für den Maisstein eigentlich? Sprengstoff. Alter, Gassmann sind... Oh, nö. Die sind ja voll teuer. Shit. Aber wir können Sprengstoff borschen. Ich mach das jetzt. Ich rieche voll langsam in der Luft. Das müssen wir noch irgendwie üben. Mit dir. Die funktioniert ja gar nicht. Aber warum? Wie fehlt dir gewisse Skill? Noch mehr Inventarplatz. Du kannst dir das nach Schwefel scannen, ne? Hi. Ach. Hast aber lange gebraucht. Ja, ich musste da nochmal einen Zwischenturm bauen, Mann. Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich kann mir schon die Kommentare vorstellen. Boah, Alter, du musst einfach nur so und so. Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich ist das ganz einfach. Ich hab das Gefühl, der wird im Flug langsamer. Dann machst du irgendwas falsch. Was machst du noch im Flug? Gar nichts. Pass auf. Ich springe da drauf auf das Fließband. Dann kurz vor Ende drücke ich einmal Leertaste, dass er abspringt. Und ich hab die ganze Zeit W gedrückt. Durchgehend. W gedrückt gehalten. So, und dann mach ich einfach nur immer ab und zu immer so einen Klick auf Leertaste, dass ich auf Höhe bleibe. Und das war's. Das muss ich jetzt mal ausprobieren hier. Und dann in die Richtung. Ich drücke nicht A, nicht D, nicht S, gar nichts. Einfach nur immer ab und zu Leertaste, damit er nicht runter geht. Und ich könnte schwören, der wird langsamer in der Luft. eigentlich geht das nicht. In was für Intervallen drückst du Leertaste? Warte mal. Ich glaub, du musst Leertaste halten. Wie Leertaste halten? So, hier ist eine Übungsstrecke. Das lernst du jetzt. Wo bist du denn? Hier hinten baue ich noch einen, damit man schnell von Punkt zu Punkt kommt. Wie bist du zu langsam? Ich seh das nicht genau. Warte, ich baue mal zwei. Oder wir müssen mal zeitgleich abspringen und nebeneinander herfliegen. Guck mal her. Guck mal her jetzt hier. Guck mal ran. Ich bin da, Wesley. Ich bin noch da. So. Einfach nur einen kleinen Jump drauf machen, ne? Ja. Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Irgendwas habe ich gerade auch falsch gemacht. Nochmal zurück. Ich glaub, man darf nicht zu weit am Rand. Man muss wirklich richtig mittig laufen. So, auf drei. Eins, zwei, drei. Irgendwas habe ich gerade abgebremst. Zurück. Übungsstunde mit Wesley. Ja, der ruckelt einmal kurz. Man hat nicht ständig... Du musst früh abspringen. Nicht am Ende des Bands. Mitte des Bands. Ich habe das Gefühl, in die eine Richtung gehe ich schneller wie in die andere. Weil das Band kürzer ist. Hier, ich muss mal direkt hinter die her springen. Dann sehe ich, ob ich langsamer oder schneller bin. Ja, warte. Ich komme zurück. Achter, das war schnell. Oh. Oder ist das sofort abspringen? Manchmal trifft man einen Punkt. Da ist man richtig schnell. So, bereit? Ja. Du bist viel schneller wie ich. Du musst sofort abspringen. Drauf und abspringen. Drauf und abspringen. Yes. Schneller, ne? Ja. Das ist ja so geil, wenn man dabei sterben kann. Lass mal hoch hier auf den Berg. Da ist ja auch noch eine. Ich versuche nochmal da hinten rüber zu kommen. Ich brauche die Ressourcen. Ja, stimmt. So, drauf und direkt abspringen. So, drauf und direkt abspringen. Also können die ruhig ziemlich kurz sein. Ah, easy. Funktioniert jetzt, ne? Oh. Ja, man. Oh. Ich glaube, je schneller du abspringst, desto schneller bist du dann auch. Das Gefühl. Wo bist du jetzt? Ich bin nochmal drüben auf den... ...bär ich gejumpt. ...komme wieder zurück. Oh, habe ich mir das gut überlegt? Bist du? Sehe ich gar nicht. Ich fliege gerade... ...over alles drüber. Alter, ich schaffe das bis zur fucking Base. Sehe dich nicht. Ah, nice. Ich bin wieder in der Base. So, macht das Spiel schon mehr Spaß, wa? Ja, die Abschlussstelle können wir aber nicht bearbeiten. Ja, wir brauchen Gasmasken. Das ist mal zu Stahl. Was kosten die denn? Viel. Das dauert wieder ein bisschen. Ich fliege jetzt mal zu Stahl rüber. Mal gucken, was ihr da machen könnt. Nobeliske Zünder. Black Powder. Können wir die Dinger immer kürzer bauen? Kohle und Schwefel. Medical Inhalator. Alien Organe. Fliegt mal zum Stahl. Kann überall hinfliehen. Ey, wir können doch noch gar keine Gasmasken bauen. Oh, nein. Können wir aber noch nicht bauen. Ach, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist hier einfach eine Kohle, ne? Oder wie war das? Hier ist noch ein MK1. Krass. Krass. Ich hab jetzt an unseren Hub mal ein Fließband hingewaucht. Jetzt kannst du von da aus. Wie willst du abgehen? Hier sind wahrscheinlich keine drinnen, ne? Du, man entdeckt das Spiel neu. Ja, Mann. Macht's wieder Spaß. Aber es reicht locker, wenn du so Vierer-Dinger baust. Bist du am Stahl, oder was? Bin jetzt beim Stahl, ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend für heute. Nächste Folge geht's dann weiter. Und dann werden wir wahrscheinlich Stahl machen müssen, oder? Irgendwas müssen wir machen. Irgendwas müssen wir machen. Dann baue ich jetzt erstmal ein Fließband Richtung Wesley. Und dann springen wir in der nächsten Folge ein. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.